So, ich bin hier in meinem Zielort. Wenn ich die Straße hier durchfahre, dann käme ich glaube ich an meinen Bagger. Diese oder diese, diese meine ich weiß, aber habt ihr gesehen, zwei Tonnen, also muss ich jetzt hier rumfahren, fahre am Steinbruch vorbei, wie gesagt, da werde ich jetzt mal stehen bleiben, werde mal reinlaufen, werde mal gucken, wie es aussieht. Ich hoffe, dass der Bagger halbwegs sauber ist, weil ich habe eine große Lust hier auf 100 Meter Straße zu kehren, das ist einfach keine Lust. Zumal hier alles, alles nass ist und sich das dann wirklich kehren lässt. So, der Bagger ist jetzt rushed up. So ... Ich denke, es geht jetzt. Hochwasser haben wir hier, Hochwasser. Hier stand immer ein ausgebauter, alter Bahnwaggon. Da war ein Restaurant drin. Ich weiß allerdings nicht, ob es gut war. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ah, es regnet wieder, was geht. Es regnet wieder, was geht hier. Ja. 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 Wurde abgeladen. Ich bin dann da hoch. Ist da vorne das weiße Gebäude, wo die vielen Schornsteine sind. Und ich meine, da wäre das... Hecke, hecke, hecke. Okay. Okay. Und ein Mühlerpfer ist auch noch heute. Okay. Ja. Mal gucken, wie wir das jetzt machen wieder. Da steht natürlich alles voll. Eigentlich war mein Plan, dass ich hier an der Seite stehen bleibe. Aber... Aber... Sagt's wie geeks. Okay. So. Da oben muss das sein. Hier oben. Und das ist jetzt natürlich eine Einfahrt. Ja. Ja. Ich werde hier nicht reinfahren. Ich laufe jetzt erst mal hoch und guck mal. Da steht er ja schon. Ah. Sieht relativ sauber aus. Sieht doch relativ sauber aus. Es ist doch gut. Das ist aber nicht ein Problem. So. ICH-Präsidentin. Kann. chinesisch. Machina. Ich werde nicht. Ich werde nicht. Machina. 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 Vielen Dank. Ich bin hier gerade auf die B9 Richtung Worms, 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 habe ein R29 geladen und der muss in Worms an eine Schule. Es ist 20 nach 1, ja, ich hoffe, dass die Schule aus ist, dass da nicht die ganzen Hausfrauenpanzer quasi stehen und die Kinder abholen. Aber ich denke, das sollte passen. Das hatte ich vorhin schon, dass mit meiner Bremse irgendwas nicht stimmt. So. 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 Wie oft habe ich jetzt gegähnt in dieser kürzen Zeit, aber das geht so den ganzen Tag das ist wirklich nicht mehr normal. Sollte ich mal schlafen nachts? So, ich könnte jetzt hier die neue Strecke fahren, aber ich fahre einmal geradeaus weiter. Der Rest auf die Seite muss ich hin. Da drin ist die irgendwo. Die Schwule. Jetzt sind sie aber wieder da rechts. So, jetzt könnte ich hier gleich links wieder fahren, aber ich fahre noch eine weiter, weil da sieht man auf Google Maps sieht die Straßenbreite aus. Auf vorne von der, genau. Auf vorne, wo der gesperrt ist, fahre ich links ab. Das ist gut, dass er gesperrt ist. Ja, komm ich da rum. Komm ich da rum. Ja, oder? Ja. 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 So. Das ist dieser Straße nach. Das geht eigentlich. Also es hat, ich habe es mir, sorry, ich muss mich da mal die Leine abmachen. Ich habe es mir lieber vorgestellt hier. Ganz am Ende dieser Straße ist dann die Baustelle, die Schule. Hier vorne ist schon was, aber hier ist alles noch zugeparkt. Also hier wird auch noch Schuh. Hier steht da noch ein Lkw drin. Hier steht auch noch ein Lkw drin. Komm ich da vorbei. Hier macht gerade die Beurtwarn zu, das finde ich okay. Ich sehe den gar nicht stehen. Kann der das von Ihnen machen? Da ist gerade jemand eingestiegen. Wegfahren tut er nicht, ja. Also hier steht auch ein Lkw drin. dann fahre ich auch los. Wie gesagt, da vorne sind Gushaltestellen auf der rechten Seite, da kann ich stehen, hoffe ich doch. Größer dürfte der Bagger im Netz sein, da steht sogar ein Bus hier. Das ist jemand von uns, so sieht es aus. Oh, da sitzt jemand an der Gushaltestelle. Ich hoffe nicht, dass da gleich ein Bus kommt. Bleib stehen, alles gut. Das ging besser als erwartet hier. So, jetzt fahre ich ein Stück zurück, dass ich hier ins Carre komme. Ich hoffe nicht, dass das reicht mit dem Parken der Autos. Das zieht sich jetzt nicht da hin, oder? Gut. Da hinten kommt noch einer, den lassen wir noch durch. Okay, alles klar. Wollen Sie Richtung Heimat fahren? Ah, das kennt wirklich. Anscheinend haben wir hier innen den Bauzahn hingestellt, weil sich hier immer alles zu, oder weil hier immer zugepackt wird. Links von mir. Das reicht, alles gut. Alles gut, das reicht. So. Also, ich spreche nach Hause, laden den nächsten Blatt ein 9.20. Mit Pulverisierer und Sortiergeiber. Und er geht runter nach Wiesbaden und das Meer. Ich habe eine Baustelle direkt am Hafen. Und da muss irgendein Podest oder so, ich weiß nicht genau was. Und da ist es mir da weg. Und da muss ein paar Geld dann hin. Ich weiß nicht, ich denke den falschen Morgen dahin. Ich denke den falschen Morgen dahin. Ich bin jetzt die Schmerzahn in der Stadt. Ich bin jetzt da weg. Ich bin jetzt nicht. Oh, das war die Schmerzahn. Ich bin jetzt das ganze Fahrt hier. Und der Baden hat sich da weg. Ich bin jetzt hier. Und der Baden ist ein sehr, sehr prach. Und der Baden ist das flach. Und ergeht nach wie ein ruhiger. Und! Rundfunk Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wachstum Vielen Dank. 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 Super. und ... 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 OUGH... �... ... ... ... ... ... ... also die 40 was weiß ich was es gezeigt hat das passt also alles im grünen bereich rechtfertigen hier ganze zeit habe ich gedacht ich hätte ein reifenblatt als ich in der rechte ausspiegel geguckt habe immer beim abbiegen irgendwas irgendwas hängt doch davon aber auf dem parkplatz gehalten gemacht alles reifen alle gar gut alle top stehe ich hier habe abgeladen meine mittelachse steht quer zur der ersten und der letzten achse geguckt dieses lenk gestänge ohne dass das sind so zwei bolzen die sind rausgerissen die wird quasi nur mitgelenkt weil die erste und zweite achse halt noch lenkt ansonsten würde ich gar nicht mehr gar nicht mehr lenken das sei jedes maße aus wenn ich wenn ich rechts abgebogen bin und in der rechten kamera sah jedes maße aus als als mit der reifen irgendwo irgendwo raus stehen normal denkst du dann halt jo platt jetzt weiß ich was es ist jetzt fahr ich mal hoch auf die grube auf die glähe grube sorry gucken wir mal ob wir was machen können dran ansonsten wird das ding wieder per kran verladen und der kollege fährt so danach nach memmingen zurück holthofer momentan nicht zu gebrauchen mittelachse die lenkung ist ausgeschlagen richtig aus ausgeschlagen alles alles hinüber quasi jetzt mit dem kollege wird so weit mehr mit dem autokran werden wir den laden stellen jetzt rüber in die halle hängen mein vierexer drauf noch fahre ich noch nach weylerbach holt den long reach was mich meister sorry ankotzt ist dass ich jetzt alles mit dem vierexer fahren kann egal wohin in jedes loch muss ich mit dem vierexer fahren das geht mir am meisten auf der sack ganz jährlich die spur hier war auch schon von von mir von der mittelachse die stand wirklich quer weiter zu wir wir uns f 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe gerade angefangen zu laden, oder wollte gerade anfangen, habe mich gerade in den Bagger gesetzt. Der Arm gehoben, jetzt muss ich wieder zusammenhängen, ohne Ladung. Ich muss wieder vorfahren und muss die Planierraupe laden. Die muss hier hinten hin. Ich kann nicht reinfahren, also müssen wir wieder querladen. Ich habe jetzt noch eine Vierachse dabei, Vierachse mit Baggerbrücke. Das geht nicht, anders würde es nicht gehen. Wenn der halt auch noch kaputt ist, machen wir den halt auch noch kaputt. Ganz ehrlich gesagt, ist mir das egal. Rainer hat nur eine Silbe davon erwähnt, dass die Raube hier drin auch noch umgesetzt werden soll. Ich habe ja schon alles fertig. Ich bin eigentlich zum Laden, kann der Bagger drauf fahren, festmachen, gut putzen. Der sieht wieder aus wie Sau. Weil der muss ja am Morgenende zu Hause stehen, der kann ja nicht hier stehen. Natürlich fängt es jetzt auch wieder an zu regnen. So kommt eins zum anderen. Da solltest du nach Hause schreiben, dass es dir gut geht. Die arme Sau muss jetzt dran klauen. Aber sowas von. Au. Albert. Der hat noch Tüff. Alles gut. Brauche ich einen Heffenerung. Sorry. Ich bin jetzt hier. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.